Lass mich raten, du hast ein Spike gesetzt. Ich wollte an die Leiter springen. Was habt ihr denn alle mit der Leiter heute? Das ist der Endgegner. Achso, das ist Endgegner. Ja, das ist cool. Die Leitern sind wirklich Endgegner heute. Ich finde es auch irgendwann nicht mehr lustig. Bitte mal einmal das klippen, was er nicht mehr lustig findet. Der Käpt'n hätte mir ja meinen Rucksack mitnehmen können. Hätte ich tun können, aber ich habe gerade Bikes gesetzt. Ich gehe jetzt die Leitern ganz langsam runter und hoffe, dass ich nicht gleich wieder runterfalle. Ist dein Rucksack der, wo 762 Pflastersteine drin sind? Ja. Dann lasse ich den einfach mal liegen. Ja. Der Spike da drunter ist ja jetzt auch kaputt nach zweimal drauffallen. Und? Ey, nee. Kann mir irgendjemand von euch jetzt Heilverbände machen? Ja, ich kann machen. Ey. Was ist denn das? Komm her, soll ich mich hinstellen hier vorne? Komm her, ich stell mich vorne hin, dann kannst du auf mich hochspringen. Okay. Mein lieber Heilverbände, komm ich habe schon überall Creme draus gemacht. Muss nur noch Verbände zu machen. Benutzt jemand noch 7,62er? Ne. Nein, nö. Ich brauche ein Reparatur-Kit. Hat jemand? Also ich hätte eins, wenn wir kein Holz mehr brauchen in den Ausmaßen, hätte ich eins. Ich kann dir eins abgeben, ich habe noch zwei. Ja, eins bräuchte ich bitte. Wo bist du? Äh, wo sind die Heilverbände? Also das Zeug dafür. Äh, Aloe ist hier in der Essenskiste. Der Essenskiste sauber. Ja, ich sehe. Hat sonst noch jemand 9mm außer Muki? Ich. Okay. 30 Schuss noch. Muki, du hast die Messing-Munition, oder? Ne, ich habe normale. Ich habe auch normale. Die Stahl. Ach so, ich bin jetzt gestorben. Das liegt natürlich daran, dass ich gestorben kann ich jetzt gerade nichts machen. Ach, das ist der Einzelste, was mich wirklich richtig nervt. Dieser Scheißdruck. Weil es da eine Faxe gibt? Ja, das ist das auch. Aber da ist ein Faxe, was? Eilass. So, okay, dann nutze ich das jetzt mal zu rauchen und bin gleich wieder da. Äh, ja, beildes. Die geht früher los. Jetzt schon um Viertel vorziehen. Entschuldigung. Unter der Leiter fehlt noch ein Spike. Ja, da sind sie. Ich kenne den Spinner. Ja. Er fehlt nur noch. I'll be back. Da unten rennt ein Tier. Da unten rennt ein Tier. Südosten. Hunger. Und jetzt eine Sniper, ne? Wer geht raus und holt das? Alter, habt ihr alle da Schrotze? Sniper. Sniper, Sniper. Was denn das ist? Ist das eine Hase? Was sagst du jetzt jetzt? Ja, das ist ein Hase. Hey! Hab ich ihn getroffen? Hm. Hab ich ne gute Frage. Hm. Seh ihn nicht mehr. Ich seh ihn rot, ne? Ach ja, rotes. Schöner Sonnenuntergang. Romantisch. Okay. Die ist so auch grün irgendwo. Oh ja, von Nordosten. Oh ja. Da kommt was gelaufen. Ein Einzelner. Ui. Wo einen leuchtet die? Die laufen zum Nachbus. Ja, lass uns mal laufen. Das ist ja cool. Tja, die haben sich verlaufen. Haha. Schön. War man gar nicht so schlecht, wenn wir so weit oben sind, ne? Diese Barrikade. Mhm. Mhm. Okay, jetzt, jetzt, äh, los. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu, würde ich sagen, oder? Hahaha. Äh, man, man müsse doch Fallschirme integrieren. Das wär's doch. Also das wär, das wäre seit langem mal wieder eine Rorde, die nicht unser Haus kaputt macht. Ja. Die gehen zum Nachbarn, der war lauter. Hahaha. Ja, gleich kommen die Bären noch zusätzlich raus. Das ist so das Bärenhaus, oder ne? Karatsch, das war übrigens das Herz, dass du dich unten auslocken sollst, ne? 100 pro hat der Nachbar fuck gelagert. 100 pro. Guck mal, einer kommt hierher. Ja gut, einer. Dafür sind genug Spikes drin. Das ist lustig. Hahaha. Wir müssen so hoch sein, dass die quasi versuchen vom Nachbargebäude hochzukommen. Ja. Ja. Gar nicht mal so dumm, die Idee. Cool. Die müssten halt nur... Ja, so dieser Rampeneffekt, ne? Ja. Sie müssten nur Frames setzen können, ne? Das wär's doch. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie rüber. Hm. Teilweise. Ja. Vielleicht sind sie doch schlauer, als man denkt, ne? Das ist schon so ein bisschen Daumenkilo. Versucht hochzukommen und merken, okay, geht nicht. Dann gehen wir nebenan hoch. Geh mal in die Tasche. 7F... 5,1... Äh, ja. Ja. Zwischen 4,5 und 7FPS. Das ist... Prima. Ne, zwischen 21 und 48 irgendwie. Alter, das hab ich denn hier falsch gemacht mit den Einstellungen, ey. Achja. Procs sind seine FPS. Wär ja mal was Neues sonst, ne? Mhm. Ja. Irgendwann kauf ich mir auch ne 1080, äh, 2080. Äh, Proxy, ich hab, äh, zwischen 10 und 20 FPS größtenteils und habe ne 10,50. Also... Ist okay. Macht ruhig also mal nen Rechnercode. Öh, das ist ein scheiß Rechner. Ich bin immer nur an der Grafikkarte. Ja. Dann liegt's wohl an nem, an nem CPU-Ding. Ne, meistens liegt's am Spiel. Äh, momentan, du streamst doch noch, also das ist jetzt ne neue Belastung, ne? Ja. Ja, ja, das stimmt. Da hab ich wohl irgendwas falsch eingestellt. Und fahr auf auf 5 FPS. Selbst wenn du alles auf Best einstellst, bedeutet das nicht, dass, ähm, das, äh, auch alles trägt. Ich merk's ja selber bei mir auch. Also das Streamen ist ne zusätzliche Belastung. Ja. Ich hab allerdings auch gelesen, dass viele mittlerweile ist, ähm, mit nem zweiten PC streamen. Also die CPU, äh, ist zumindest, was OBS angeht, noch bei 4%, also... Die langweilt sich eher. Was sag denn die GPU eigentlich, Moment mal. Ähm, ihr kennt ja bestimmt den, äh, YouTuber Nelson, ne? MööööööööööööööööööööööööööööööööööwHE, der die ganze OBS Tutorials macht und so. Der hat zum Beispiel ein Zweitsystem vorgestellt, mit dem man streamen kann und hat halt quasi auch ein Set zusammengestellt. Ich glaube, 380 Tacken kostet dieser Rechner. Also ich bin jetzt leicht beleidigt. Meine GPU-Auslastung liegt gerade bei 20%. Irgendwann läuft er falsch. Ja, sag ich ja. Das liegt nicht immer nur an der Grafik. Das heißt, die 1050 nutzt das Ganze besser als die 1070, oder was? Jenny? Ja, genau. Ja, es kann sein. Es liegt ja auch zum Beispiel, was für Motherboard hast du? Wie viele Lengths hast du von dem RGB-Port zur CPU hin? Weißt du das? Du, frag mich was Leichteres. Ja! Aldo, ich spuck mir hoch das Holzgezüge. Es ist ein Dreadripper X399-Port für scheißteuer Geld und ja. Ich bin vorsichtig. Drei, zwei, eins. Und bis auf Seven Days to Die habe ich mit keinem anderen Spiel so ein Problemchen gehabt. Und bei Seven Days lief nach der 17.4, nach dem Update hatte ich 80 FPS. Okay, hier unten habe ich nur noch sieben. Ja, mit dem Killer-Lady? Ja. Ja. Lustiges Warten auf den Weihnachtsmann oder so ähnlich. Machen Sie den lieben Dank. Boxy, schau mal nach Osten. Oh, Captain, mein Captain. Was? Wo? Arn? Schau mal nach Osten. Äh, Ecke? Äh, Moment, ich muss mich erst mal eine Stunde drehen. Ja? Äh, nach Osten, ja? Da habe ich höhere Frame-Zahl als in den anderen drehen. Dankeschön. Also haben die jetzt 8,4 Maximum. Okay. Oh, hier fällt was. Jo, hier fällt der ganze Mischung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das stürzt. Scheiße. Wir sollten vielleicht Sachen aus, äh, Kisten retten. Jo, ich hole mir gerade das ganze Kisten. Kisten, ne? Alter. Ja, die hauen unten Dings weg. Das kenne ich von der Pagode. Alles, was so ein bisschen wertvoll ist, sollte man raus. Ich nehme schnell Wasser mit, äh, Tee mit. Killer-Lady? Ja. Okay, ich kriege kein... Ich kriege überhaupt nichts gemacht hier. Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht mal... Äh, nö. Fick ist es. Ich hab drei... Zwei bis drei FPS. Das ist doch echt so ein Kotzen, ey. Also, bis zum Teekel in der Mitte ist aber schon weggegrastet von dem. Kracht hier alles zusammen. Ich muss hier weg. Anna, hast du noch ein bisschen Rats im Inventar? Klar! Was soll ich mitnehmen? Ja, komm mal hinter dir. Jetzt lauft er nicht weg von mir. Jetzt lauft er weg hier. Ach so. Alter. Hier, jetzt steh ich vor dir. Komm mal, komm mal mit an... Oh, die sind hier... Wie sind denn die hier auch, hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Es stürzt ein. 1,2 FPS. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie willst du denn da jetzt noch runter, ne? Ah. Oh mein Gott. Ich hab hier Standbild. Jetzt 0,2 FPS. Jetzt wieder 5. Alter. Mit den Sachen da oben runter, hier auf dem Dach, kannst du noch ein bisschen länger aushauen. Er schieß ihn von... Er schieß ihn mit seinen FPS. Er löst ihn von so einer Qual. Er schieß ihn mit seinen FPS. Ich sitze hier jedem mal an den Scheiß-Rechner hier, dann könnt ihr mal gucken, wie das spielbar ist, ey. Ah, bei mir heißt das Grafisch... Den stelle ich aus, so wie er ist irgendwann. Als Museumsstück. Ich kann hier nichts machen, großartig. Ja. Ich mach mal schnell eine neue Bettspaule. Ja, da oben runter, nehmt mit, was ihr könnt und dann da oben runter. Okay, wir nehmen mit, was ihr könnt. Ich versuch grad, das Wichtigste zu retten. Ist da eine Ressourcenkiste dran? Ja. Na gut, dann mach du das da. Ich versuch Werkzeuge oder irgendwie sowas. Alter, das gibt's denn nicht. Haben wir die Essenskiste geleert? Die Essenskiste ist leer. Ja, sehr geil. Auf dem Vordach haben wir Kisten zum Entleeren. Ich hab jetzt mal das Wichtigste dabei. Bist du ja sicher, dass das Vordach auch noch überlebt? Momentan ein bisschen stabiler, ja. Das Dach hier müsste um einiges stabiler sein. Oh, da ist ne... Iron Shovel, die würde ich... Alter Vater, ey. 6 FPS. Sind die schon drin da unten, oder was? Bei dem, was da eingestürzt ist. Ah, natürlich. Ach du Scheibe. Du sollst mich allerdings ein bisschen mehr verteilen. Hä? Nicht alle auf ein Fleck stehen. Ein Kochtopf nehme ich mit. Sie sind in der Mitte. Ein Cooking Grill nehme ich mit. Geh ich mal Richtung... Resten. Kann ich nix machen mit 4 FPS. Das brauchen wir eher weniger. Oh, wow, 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 wow. Was nehme ich noch mit? Was nehme ich noch mit? Fumufu, schlaf gut. Schön, dass du da warst, ne? Nehme ich noch mit. Ouch, das war mir guter, ne? Ja. Wir können auch noch... Level up! Ja, bitte sehr. So viel sind das gar nicht. Ne, 15, 32, das... Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Ja, ne? Ja, du hättest auch nur einmal einen Kopf raus, bist du da gleich... Also noch einmal einen Kopf raus und dann bin ich... Äh, eben hatte ich... Boah, liegen da Lutsäcke unten. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier mitmachen. Ja. Hier? Oh mein Gott. Ja, da was eingebrochen ist. Das macht Spaß. Ihr müsst ja erstmal in die Hunde kommen, ne? Ich müsste auch was sehen, ne? Ja, ja, ich seh. Äh, kam gerade Kotze hoch. Ja? Ja, deswegen bin ich halb tot. Okay, die sind im ersten Stock. Irgendwie sind die hochgekommen. Äh, ja, ich hab das Schatter-Tabbild mit 0,10 FPS. Okay. Das war gerade glatt. Das ist auch nicht schlecht. Ihr seht, doch da. Er braucht schon eine Sekunde, bis ich unten im Gürtel die Waffe gewechselt habe. Das ist doch Wahnsinn. Oh, das sieht doch aus. Das sieht nicht gut aus. Wird es schwieriger gemacht werden, oder? Auf jeden Fall, ne? Finde ich auch. Das geht zu langweilig. Geht so gar nicht. Wow. 2,9 FPS. Schreibt mal einfach deine FDS auf. Jetzt ist es dunkel. Ja, wäre eine Idee. Gut, dann habe ich hier noch ein bisschen vorgelegt. Okay. Ich brauche gar nicht schießen. Ich brauche gar nicht schießen. Wenn ich geschossen habe, dann ist er schon drei Meter weiter. Ich habe hier gerade an die Hose standen. 1,56 FPS. Oh, der nächste, Alter. Da fällt noch mehr. 3,3 FPS. 18 FPS. 13 FPS. 11 FPS. Ja, ich warte mal sagen. 24, 25. Da fällt noch mehr. Ja, Vorsicht. Au, 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 au. Er ist Hausfeld. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Nein, ich habe Standbild. Oh, oh. 1,2. 1,2. Oh, shit. Alter Vater. Die haben das ja komplett zerlegt. Da fällt dir nichts mehr ein. Das ist deren Job, das zu zerlegen. Ja, okay. Das stimmt auch wieder. Katholinschen, eine wunderschöne... Wahnsinn. Katholinschen, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Hörtenacht ist vorbei und ich glaube, ich... Äh, ja, genießen, Köche. Das ist eine gute Idee. Ich kipp mir da mal einen schönen Kaffee noch in der Tässchen. Und guck da mal zu. Noch zwei Spocker unten. Ja, ich kann mich so gut nicht bewegen. Äh, ja, also für den ersten Stream sage ich mal okay. Also ich komme jetzt wieder mit den F2 hoch, Leute. Dann muss ich nochmal an eine Einstellungen schrauben. Das ist definitiv schwierig. Wo ist denn dieser... dieser Cop hier? Ich glaube, ich muss das Streamgedöhnse Dingsbumse da irgendwie auf die GPU liegen und nicht auf die CPU. Ich bin nicht rausgelockt da, die Jungs. Meine GPU hat definitiv weniger zu tun als die CPU. Ich kann mich halt so gut wie nicht wägen, weil ich zu den ganzen... Wobei, bei 50% CPU-Auslastung sollte Christa auf jeden Fall auch noch nie hinschwitzen kommen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Wie viel sind's denn? Cop C, du musst immer das Gesamtsystem sehen. Du musst immer GPU und CPU. Du siehst nur zwei Faktoren von einem Rechner, der 500 Faktoren hat. Wo ist denn da noch der Spucker? Da hinten ist der Cop. Cop down? Okay. Du kannst direkt mal Spikes ansetzen. Ich hab Spikes am Laufen, eine noch nicht. Ja, ich hab zwei an und zwei an. Wo sind die Jungs hier? Foxy, du gehst mit Pistole, gell? Bitte, was? Ein Zentrum. Ich hab normale Pistolen. Dabei höre ich da auch noch Hunde und so. Ja. Das könnte passieren. Foxy. Ich verstehe kein Wort. Hinter dir Pistolenmonitor. Ah, danke. Irgendwie... Hast du beide? Ja. Ja, danke. Kippt das nach oben? Nee, ein Bolle ist da unten. Oh mein Gott, wie viele Loots da unten. Traum, Traum, oder? Schön. Ah, schau. Einer ist explodiert. Ja, Bolle ist tot. Der hat mir beinahe gehabt. Ja. 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 Einer ist doch unter Arm. Einer hat schon noch ein Bein. Ah, Mann, ey. Boah, der lebt ja immer noch. Ja. Der ist hart, denke ich, der Kerl. Das ist ein Veteran hier. Licht. Schreie rennt, Schreie rennt, Schreie rennt, Schreie rennt. Oh nee, nicht schon wieder. Fuck. Ja, die hat schon gerufen. Was ist die denn? Unten ist es grün. Von wegen kommen so. Wir sind noch nie hochgekommen. Das ist nicht, Alter. Wie viel hält denn der Sack noch aus? Okay, Schreie rennt. Schreie rennt. Lebt noch. Ist jetzt tot. Wie sind die hier? Oh, wir haben mehrere Schreier unten. Zweite Schreierin tot. Hund unten gesehen. Ey, jetzt stirbt doch mal. Der hat keine Lust zu schreien, der Kerl. Polizist Südost. Jetzt ist er tot. Ach nee, die schon wieder schreie. Von den nächsten rein. Sieht aus, ist die Schreierin. Und ein Hund. Und zwei Polizisten. Ups. Vorsicht, die. Alter, das geht's wieder. Heftig. Geier. Geier. Polizist. Ich müsste mich irgendwie mal ausmüllen. Das ist... Boah. Komm, hier aufs Vordach. Oben auf dem Vordach sind Pisten. Wer ist denn drüben bei den Girls? Ja, das Problem ist, ich komme gerade nicht aufs Vordach. Ah, okay. Warum? Ja, wobei, warte, warte, warte. Auf beiden Seiten müssen, Alter. Ich steck im Haus hin. Ne, das gibt's ja gar nicht, ey. Schreierin hoch. Ah, da bist du. Wo sind die noch? Schreierin? Alter, es geht hier. Hallo. 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 Schreierin auf der alten Base irgendwo. Ja. Da hinten. Sieht hier einer mit dem Schärfschützengewehr? Drei Schreierin an der alten Base. Wow. Vier. Die will ich behalten. Das ist der Wahnsinn. Das war ja rechts von der alten Base. Das ist voll der Wahnsinn. Eines beim Schild, eines hinten links beim Haus. Drei sind drin. Das ist ein Massenhauptschutz. Scheiße, glaube ich. Ich kann die Schwank. Ja, drei. Oh, zwei Böse. Alter, das gibt's doch nicht. Ich krieg noch nicht mein Frame gesetzt. Scheibenkreis das. Zwei sind weg. Eine Semi-Down-Nummer. Oh Gott, drei Polizisten zähle ich. Ich will hier gleich. Noch eine Semi-Down. Wir wollen festhalten, A bis 13. Lass den Willi in Ruhe. Noch eine Semi-Down. Wir haben noch zwei auf Süd-Ost. Ja. Alter, Schöne. Noch eine Semi-Down. Eine weg. Die nächsten beiden. Es kommen zwei neue aus den Girls. Die ganze Hütte ist voll. Die spucken alle. Wer hat die gestern zu Gast gehabt? Die sind alle noch besoffen, Alter. Ja. Glaubst du es mir? Eine Semi ist... Noch eine ist down. Das ist ja... Das ist ja... Also... Ich hab nicht mehr eine Chance mehr, aufs die Beute zu kommen. Das ist der Wahnsinn. Was da an Leuten... Nee, sie ist weg. Wahnsinn. Siehst du noch eine? Nee. Die da hinten ist down. Okay, dann dürften sie jetzt zuerst mal weg sein. Ja. Also Semi's müssten jetzt alle erst mal weg sein. Sicher? Ja. Ich glaub, wir haben hier keine Mucki und ich haben grad, glaub ich, sechs Schreier oder so niedergemacht. Das ist übel. Das helft doch auch. Ja, ich hab doch gesagt, dass du... Du, Mucki und ich? Ach so. Hab ich dich vergessen? Er hat keine Ego. Ah, ist nicht schlimm. Alles gut. Was? Was ist das? So, ich hab jetzt genau noch einen Schoß. Hebe ich mir das für mich selber auf, oder? So, dann. Wäre nicht schlecht. Ey, wer schießt hier mit Beile? Ich helfe dir. Das hab ich gemerkt. Ja, ey. Ich helfe dir. Okay, die beiden sind auch kopflos da unten. Die sind alle tot. Aua. Captain? Was denn? Hast du mich grad angeschossen? Haus. Oh, 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 oh. Achtung, es stirbt ein. Ist da vielleicht ein Geier in deiner Nähe? Nein. Wir müssen unten noch Stützen reinbauen. Das verstehe ich nicht. Nee, das war ich wirklich nicht. Das dumme ist. Unten sind Stützen. Und die meisten stehen auch noch. Ja, wobei, doch. Ich hab alle Ressourcen für Donnerbüchse gerettet, glaub ich. Ich glaub, die haben die Stützen unten weggehauen. Schick mir das nachher mal. Die haben alle Stützen weggehauen, bis auf eine Ecke. Ja, wir müssen die Stützen wieder hinmachen. Wie sieht das jetzt aus? Wie viel haben wir da noch? Donnerbüchse? Versuch's jedenfalls. Alter, warum komm ich denn hier? Seh ich denn hier nix drin? Alles zu. Wieso hab ich denn jetzt? What? Na danke, weißt du nicht. Ich stehe vor dem Rucksack und kann durch die Lecks nix einsammeln. Dann kommt einer von hinten und sammelt den Rucksack von der Nase weg. Ich stand da ja eben schon vor. So, ähm. Ja, rein, ne? Ja, wo geht's rein? Hast du die Frage? Äh, wo sind die Zombies denn reingekommen? Ich hab keine Ahnung. Gucken wir doch mal. Irgendwo müssen sie ja reingekommen sein. Sehr vermutlich. Zombies werden hier in Nord-Nord-Ost irgendwo ein Loch in die Wand gebaut haben. Wer ist denn hier und sagt nicht, wer ist... Wer ist denn das? Der Karacho sagt uns nicht, dass hier der Eingang ist. Wieso ist hier der Eingang? Böser, böser Karacho. Da stand's doch eben vor. Einer hat den Kopf verloren. Hinter euch, hinter euch. Kommt jetzt rein. Ja.